Also mein Name ist Thomas und ich bin jetzt auf dem Wochenseminar des Schamanen APO EU mit einer ganzen Männergruppe und seinen Assistenten. Und ja, wir haben einige Praktiken im Haus gemacht, auslockernde Dinge, körperliche Übungen, dazwischen Ruhepausen und teilweise sind wir auch in die freie Natur hinausgegangen, um dort ein paar Dinge zu erleben, die man sonst im Alltag nicht hat. Das heißt, ich kann jeden am wärmstens mehr ans Herz legen, hier mal einen Blick reinzuwerfen, und einfach das Ganze mal zu genießen. Dankeschön. Hurra Immangola.